Mein Name ist Beate Goliath, ich bin tätig beim Einrichtungshaus Weiß in Geisenfeld, ein kleines mittelständisches Unternehmen, Inhaber geführt, auch immer vor Ort. Ich fühle mich wohl, es gibt einige Widrigkeiten, die ich leider nicht umschiffen kann. Ich bin durch einen Artikel auf den 100% Club aufmerksam geworden, habe mich einfach mal bei Thomas gemeldet, hatte ein nettes Gespräch und fand also, dass die Ansätze in seinem Verkaufstraining ganz andere sind, als die, die ich in den letzten 30 Jahren kennengelernt habe. Eine Widrigkeit in meinem Privatleben hat leider dazu geführt, dass ich nicht hundertprozentig dabei sein kann. Trotzdem kann ich mich mit allen Informationen ausstatten, die ich brauche. Ich bin stolz darauf, dass ich trotz aller Widrigkeiten 15% Umsatzplus habe zum Vorjahr, auch wenn meine Gedanken eigentlich nicht immer auf der Arbeit sind. Ja, unser kleiner, elitärer Kreis, der übrig geblieben ist. Obwohl wir uns nie sehen, finde ich, ihr seid wie Freunde, man fühlt sich sofort wohl. Ihr seid alle super engagiert, wenn ich eure Umsatzpluszahlen höre, wünschte ich mir, ich wäre voll dabei gewesen, dann ging es mir jetzt auch noch besser. Ihr strahlt alle, ihr fühlt euch wohl. Mein Ex-Buddy. Ich finde es toll hier. Ich finde es toll, ich bin ein baptismal Goger ausgeslich. Ich finde es toll, ich bin ein muss. Ich gebe es so einen Fall, ich kann es nur einen Fall, ich bin ein Video, ich bin ein Ass und ich bin ein Video, ich kann es nur richtig, ich bin ein continuityer. Vielen Dank.